Am Land der Sonntagwies, wenn dann die Kirche saust und alles strömt heraus, ins Wirtshaus geben rein. Da bleibt mir sitzen drin, solang das Fass lauft und dann wird Kraft. Der Hans, der packt den Sepp beim Kragen, ein Gürgel um sein Arm abgeschlagen. Am schlimmsten schaut der Lucke aus, dem hängt das linke Auge heraus. Der Hinternauz, der liegt im Sterben, der hat ein Schäfer im Moskrochschirm. So feiert sie schon in der Früh, die schöne Sonntagsruhe. Jetzt weiß ich, den Text nicht mehr, das wär aber jetzt nicht schlecht als Winter.